Möge der Wind euch leiten. Wir haben das Flüstern eines Wortes vernommen. Gebt mir eure Karte, dann zeige ich euch, wo ihr sein Echo findet. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Geht voran. Geht voran. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe ihn mit einem Feuer gesucht, aber ich habe ihn mit einem Feuer gesucht. So, okay. Das haben wir hier. Gold und Silberring. Gold. Okay, dann weiter geht's. Na ja, die ich hier drin doch tolle finde. Ah, saugere finde ich hier drin bestimmt. Wusste ich doch. So. 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 Okay... Okay... Shit... 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 aber ok und da geht es und julius wieder tiefer rein so ok Okay Ich war eigentlich frei bei mir, ich war eigentlich vieler bei mir, wie ein Kampfergy benutzen So Great So, da geht's Was sind wir hier? Gold, Zornzrank Einweiter brauchen wir nicht Okay, geht's So Keurig, Schauen So Oh, fuh So, wir werden hier entlang So Wenn ich eigentliche Magie sei, was habe ich mir nicht gesehen Illusion Aufsichtig, okay Illusion's Magie Hm Auf von der E So So, wieder ein Trauge eredigt Ein Warnkistar So Vielleicht werde ich nicht irgendwo nochmal aufladen Das erste, wovor wir am meisten haben Ja Hat er eine Maske dabei? Hat er keine Maske? Haben wir doch Masken? Geht's denn? Okay, gut, da bin ich natürlich nicht So So Und dann Okay, so, dann Erlern jetzt mal den nächsten Schrei So So Ich habe von So eine Kette oder sowas Sonst sind wir jetzt die Welt eröffnet Hm Ich habe von So 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 aber irgendwo muss man erzielen, also ich denke ich habe hier ein Mod, oder wie das ist das ist die richtige Modell. Also das war ein... Wow, ja wow. Schwierig zu hier, wenn ich das hier finden kann. Oh doch. Aber jetzt raus wir uns da schnell weg. Und dann... Naja, will ich vielleicht sagen... Naja, das war ein erstes Zeichen, aber dann... Einmal es halt ein bisschen bringen aufs Plan an. So super. So nach Riftcon, von daher... Schauen wir jetzt mal, ob sie gerade nicht immer auch so fällt, wie sich inzwischen... mehr wie die... UTV fällt, also... eigentlich leider hat sie gerade immer auch so fällt, wie... davor leider. ... ... Nun, ihr riecht wie ein Hexenrabe und seht auch wie einer aus. Oh Mann. Elfenohr! Oh, äh, hallo Papa! Schluss damit alle Beute! Oh. Also, ich weiß nicht, ich kenne die Hexenrabe direkt, so zähle ich schon wieder im Bett. Äh, ne, da, ich komm, nirgendwo hab ich den Schand da. Ok, jetzt eventuell jetzt wieder ins Bett, danach schauen wir jetzt, wie es, wie es alles wieder zurück geht, also 5 Stunden, so. So, ich weiß nicht, wie es die Befahre da ist, dann ist Toast irgendwas. Sirana? Was nun? Ähm. Hey, nein, da waren wir es zu kochen? Wie ihr meint. Ähm. Hat er, war der Warnladen leer geworfen? Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Ok, er empfiehlt. Ok. Ich werde das zurückfallen, aber ihr werdet mich nicht zurücklassen. Das hier ist zu wichtig. Also, ich darf ja wieder wieder Chemie machen. So. Wenn ich da auch ein Krankhersteller der Krankheiten heils. Da muss ich eigentlich zum Schrein gehen. Ich bin zu den hier leider. Nein, nein, das ist schon nichts. Ok, ich finde es einfach nicht, aber ich werde heute, ich werde heute, dass ich meine Gesundheit wiederhersteller trinke. Okay, äh. Ähm. Ok, aber ich hätte eigentlich erstellen, dass ich will. Aber vielleicht werde ich heute meinen Zutaten. Die ich hinbekommen habe. Ah, tatsächlich. Na, also. Anzervanen. Sie aggregate den nur die Vergleiche keinen Tisticeneien von Bauch Voit. Die Aussage in die Weile s hilft, es hilft, es hilft, es hilft, es heilt, es hilft. so so schlatterfischei also wir lernen ja dann noch mehr Elias Okay, dann selber dann das Wuppchen Vielleicht zu? Nee Ja, das wollte ich ja nicht machen Okay Hmm Also, das ist der Zweck weiter Nein, da ist mir der Wettbewerb Nein, Schaun. Okay, das ist so. Das ist halt. Obwohl die Wüste wäre, jetzt finde ich es... Ah, Mist. Hier vielleicht? Ah, also... Ähm, ok weiter geht's, äh... Nee. Ok, ich könnte was springen. Hm, vielleicht hier. Ok. Onyx-Fassam, okay. Piper Lavender. Hm. Vielleicht hiermit. Hm. Hm. Ok, vielleicht so. Jetzt so herum. Ok. Als... Hier. Naja. Dann halt so herum. Ok, scheint der Mist hat jetzt mich nicht zu gehen. Wollen Sie mal... Ah, schade. Also nur herauszufinden, welcher Pierschauer Ton saubern wurde, wenn ich... Der ich veränderne, den es davon ist, äh... Jetzt... ...und dann, woher ist der... ...und dann, woher ist das... ...und dann, woher ist das jetzt weg? Ich hab' nichts Neues. Es wird's nichts mehr jetzt nicht mehr. Naja, ich hab' nichts Neues. Ja, ich hab' nichts Neues. ... Sollte. So, also nehmen wir jetzt mal meine Bücher ab, würde ich mal sagen. Wo habe ich Bücher hier ablegen können? Ja, ein Zahlebuch, eigentlich nur. Das ist eigentlich kein Grund. Wer ist hier drin? Aha. Also, wir werden jetzt beschreiben von Libella und schauen dann nachher weiter. Oh, das ist klar, wir laufen jetzt mal weg. Hängen unsere Wege. Ich bin zuhause, falls ihr mich sucht. Ich bin zuhause, falls ihr mich sucht. Ich bin zuhause. Wow. Oder lass fehlende Körperteile nachwachsen. Mit meinem echten Pfeimer-Blut-Elixier. Dann weiß ich ja nicht, ob mich weiter能ste kommen. Kann ich schon mal mit drauf wissen. Entsprechend einfach mal, ich finde die Bälle da. hin ich habe offensichtlich so was auch immer hier finde ich nicht entfernt als weisheit sei mit euch ja habe ich gut dann schön dass ihr endlich vernunft angenommen hat seid ihr bereit geld zu die tun ganz einfach ich sorge für ablenkung und ihr steht mal die sie selber aus dem tresor unter seinem stand wenn ihr ihn habt legt ihr ihnen branche ist tasche ohne dass er es bemerkt warum soll ich kann schien ring unterschieden es gibt jemanden der ihn aus dem geschäft drängen möchte mehr müsst ihr nicht wissen sagt mir wenn ihr bereit seid und wir legen los okay schade ist wartet bis ich für ablenkung sorge und zeigt mir dann aus welchem holz ihr geschnitzt seid kommt alle her ich muss euch etwas unglaubliches zeigen seht es euch an also es gibt es das ist dann seltene gelegen ich möchte dass ihr dabei seid aber schon das habt ihr auch über die irrlicht essenz gesagt und am ende war es dann doch nur zerstoßene das war nur ein missverständnis aber dieser hier ist der echte gegenstand meine damen und herren der blutelixier kommt schon sprecht ihr von den schnee elfen das einzig wahre ich habe wohl die richtige person für den auftrag gewählt hier bitte eure bezahlung wie versprochen wenn man bedenkt wie es hier in letzter zeit läuft ist es schön dass unser plan ohne probleme über die bühne gegangen ist also was heißt eine organisation hat gerade ein bisschen pech aber so läuft es wohl einfach aber egal ihr habt den auftrag gut erledigt und was noch besser ist es gibt noch mehr zu tun wenn ihr bereit dafür seid ja schaffe ich in ordnung dann sehen wir mal ob das stimmt die von mir vertretene gruppe hat ihren sitz im rattenweg unterhalb von rifton in einer taverne namens zersplitterte flasche wenn ihr es heil dorthin schafft werden wir sehen ob ihr es wirklich drauf habt ok so sportstücke wie nur die legendären arigonischen handwerker sie herstellen es ist so schön euch wiederzusehen hier wieder ein Stück vielen dank mögen die göttlichen euer gütiges herz segnen also los fahren scheitern bis zum nächsten mal wir wissen dass ihr ihn habt was soll ich haben wovon in aller welt sprecht ihr stellt euch nicht blöder als ihr seid ich sagte taschen auswehren und pass auf ich sage euch dass ich wartet mal was ist das für ein ring das ist nicht meiner stimmt das gehört euch nicht ihr seid verhaftet branchei das ist doch verrückt ich habe nichts gestohlen ich habe diesen ring in meinem ganzen leben noch nie gesehen wir können die sache auf zwei weisen erledigen ihr begleitet mich aufrecht zur festung oder ich schleife euren ledlosen körper dorthin eure wahl aber ich ja 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 schaffe ich immer schon um ist eigentlich auch ganz normal also und dann also ich will auf dem nächsten Video schauen mal als wir zur Liebeskirche kommen hier gibt es schönsten Schmuck und erlöse für den nächsten Video bis heute tschau